Dann können wir mit der Hauptquest das Weitermachen. Sichere auf einer Expedition die Rauh-Reif-Weite. Ach, das bedeutet rechts oben. Habe ich noch nie drauf geachtet, ob das Tag oder Nacht ist. Mond oder Sonne. Da ist ein Haar in meinem Essen. Da sind immer Haare in meinem Essen. Ich habe sogar Haare vom Mobs im Wasserkoffer. Oh, lauter kleine Dr. Frosties. Ich klettere auch. Tod. Stopp, ich wollte den blauen Pilz noch einsammeln. Okay. 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 Ich habe Wärmetranke in meinem Ausrüstungs-Set drin. Ich muss die nicht aus der Kiste rausholen. Da drüben. Spuren. Solche habe ich noch nie gesehen. Sie führen hier entlang. Eigentlich ist jeder Ausflug mit der Wildtie-Expertin mein Ende. Weil es immer nur in der Scheiße endet. Danke. Sieht schrecklich verführerisch aus. Aber dann will ich da vermutlich nie wieder raus. Der Weg scheint blockiert zu sein. Wohl das Werk von demjenigen, der diese Spuren hinterlassen hat. Der kommt bestimmt jetzt da durch. Keine Sorge. Das ist der obligatorische Männer-Überprüfungsgriff. Das ist komplett blockiert. Was hat das? Ein Biber. Immer gutes Timing. Ich hätte seine Barrikade nicht anfassen dürfen. So lange dieses Ding hier ist, ist der Konvoi nicht sicher. Das geht doch schon weg. Seine Beine. Seine Beine. Seine Beine. Das ist ganzbericht. Ich mache also diese Beine. Das ist ganzbericht. Das ist aber das beim Weg zur Bundeskanzin. Um. Ich muss das nicht sagen. Ich kann mich hier nicht vor. Ich kann mich sowie nie wieder raus. Ich kann mich zu dringen. und wiedergüß. Das ist mein Leben. Er könnte der letzte seiner Art sein. Töten wir ihn! Er könnte er sein, aber er könnte er sein, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist. Das war's. Das war's. Beachte mich! Ich find' ihn sehr süß. Ich würd' ihn bei mir im Garten halten. Auf'm Balkon. Damit die Nachbarn mal was zum Gucken haben. Ich hab' ihn jetzt eh eingewickelt. Ich hab' ihn jetzt. Scheiße. Nein, ich komm nicht da genug ran. Nein, ich hab' ihn. Alter. Hat mich das Vieh angespuckt? Schön, wie er die Landschaft verbessert. Ich hab' ihn mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haut der Stein auf mich kaputt Schlag mich Palico Ja, ich lasse dich ganz kurz ziehen Nach dem Monster muss ich mal ganz kurz mit dem Hund SPA zieren Weil wir sind heute ein bisschen durcheinander gekommen mit unseren G-Zeiten Deshalb muss ich auf jeden Fall nochmal mit ihm raus Auch wenn's spät ist Achso, du bist da so ein Vieh, was hier in der warmen Klemm... äh... ...warmen Quelle drinnen rumhockt Teufelspest brauche ich für die Maxi-Explosionsfässer... Was bist du ein Dax? Oh, ich glaub du bist zu groß zu empfangen Ein Wulk Guck 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 Greifest mich noch nicht so an Ich bin eine empfindliche Persönlichkeit Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geh weg, du Dax! Wie soll ich darauf reagieren, wenn der mit dem Baumsturm rumrennt? Soweit kann ich doch gar nicht ausweichen. Vielleicht soll ich dann Blendkapseln benutzen. Ja, scheint er zu mögen. Oder man muss mit der Klaue auf den drauf. Okay. 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 Ich glaube, er kann nicht mehr. Okay. 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 Ich will ja nur den Schwanz abschlagen, ey. Ich will ja nur den Schwanz abschlagen, ey. Vielleicht nicht nur. Oh-oh. Oh-oh. Oh, ich liebe den Haken schon, ey. Das macht so vieles ein wenig einfacher. Nein! Juhu! Ich habe keinen Schaden bekommen, aus unerklärlichen Gründen. Ist mir aber auch egal. Ich habe keinen Schaden. Der ist so am Arsch eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum der sich überhaupt noch hält. Beine kaputt. Schwanz kaputt. Ja, Kopf vielleicht nicht. Danke, Levscorpion, fürs Folgen. Äh, nicht fürs Folgen, sondern für Prime-Abo. Oh-oh. Scheiße. Jetzt tötet er mich. Ah ne, haut ab. Juhu! Hau doch ab, ich bin eh stärker als du. Ooh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo, er war weggehumpelt und nun? Steht er da? Ist das da eine Höhle? Willst du da reingehen? Hmm? Währends ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Aber wär schon schön, wenn's einen riesigen Biber geben würde. Oh, er hat auch noch Kacka gemacht, bevor er eingeschlafen ist. Das war's für heute. Er war vom Wecker ein bisschen angepisst, glaub ich. Oh, da musst du jetzt wieder so weit weglaufen. Oh, hier liegt noch Wohnsmaterial rum. Oh, ich hab vorhin beim Revierkampf die auch nicht aufgesammelt. Ach, aber im Chat sagt auch keiner. Puff, du Idiot, sammle deinen Scheiß auf. Sehr schön. Du armes Wesen. Eingefroren, während er den Baumann begatten war im Wald. Ein armes Ende. Moment, da oben ist noch... Ich glaub, es müssten zwei Knochenfelder sein. Ah ne, stimmt gar nicht, das waren hier Förderplätze. Förderplätze. Aha. Mmh. Mmh. Mhm. 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 Na dann muss ich denn hierbei immer nach links gehen, um das zu bestätigen. Meisterranges Safari sind jetzt verfügbar. Für deinen Raum sind neue Einrichtungsgegenstände verfügbar. Dank der Anstrengung des Jägers konnte die Strecke für den Konvoi... ...klipp. Bring das da rüber. Gut. Ach, nicht so schnell. Vorsicht. Was ist damit? Ah, da rüber. Okay. Jawohl. Geht gut voran. Hey. Hab gehört, ihr habt einiges durchgemacht. Wie ist es gelaufen? Hauptsache die Brust ist frei. Hervorragend wie immer. Jetzt können wir mit unserer Untersuchung beginnen. Jupp. Kaum zu glauben, dass dieser eiskalte Ort die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Wer weiß, welche Geheimnisse dieses Land für uns auf Lager hat. Ob wir es wollen oder nicht, wir finden es raus. Richtig. Nun dann, ich kehre nach Astera zurück. W-Ernsthaft? Jemand muss über Astera wachen. Ich dachte mir also... Diesmal... ...übernimmst du die Führung. Hä? Ich? Komm schon. Das ist nichts für mich. Solange du hier bist, ist alles in Ordnung, oder? Außerdem wird niemand zum Kommandanten, weil es ihm jemand befiehlt. Vielleicht. Aber... ...dieser Ort braucht einen starken Anführer. Die brauchen dich hier, damit du sie führst. Jawohl. Dich brauchen wir auch. Also gut, lasst uns loslegen. Wir haben hier in Siliana eine volle Hütte und unsere Ligianer-Untersuchung ist in vollem Gange. Bevor wir also vorschnell handeln, sollten wir vielleicht von unseren neuesten Mitgliedern hören. Zuerst das Versorgungslager. Unser neuer Amtsverweser hier wird sich um diese Aufgabe in Siliana kümmern. Was du auch brauchst. Ich hab's. Und wer was verschmelzen möchte, dem hilft Omi hier aus. Schau jederzeit vorbei, um zu sehen, was brodelt hat. Des Kapitäns bester Seemann hier wird die Lieferung der Agosi verwalten und sich um die Ernte für die botanische Forschungszentrale kümmern. Komm jederzeit bei mir vorbei. Und zu guter Letzt, unsere Köchin. Wir haben die Beste der Besten für unsere Kantine in Siliana gewinnen können. Wie einige von euch wissen, sie ist die Ausbilderin unseres Kochs in Astera und hat ihren Ruhestand unterbrochen, um uns zu helfen. Ich konnte nicht einfach rumsitzen und zusehen, wie ihr euch erkältet. Ich sorge dafür, dass euer Bauch voll und euch warm ist. Ich übernehme die Leitung der Ressourcenzentrale, wie immer. Miauts. Auf mich kann man weiterhin für Jagdausrüstung zählen. Und man glaubt's kaum. Der Chef-Ökologe hat's auch hierher geschafft. Schau nicht zu überrascht. Du weißt, dass ich für die Heere-Suche nach Wissen überall hingehen würde. Und mich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt, die sie möglicherweise hinterlassen haben. Vergesst nicht, dass es sich dabei um unentdecktes Neuland handelt. Seid da draußen bloß nicht übermütig. Verstanden. Wir brechen umgehend zur Expedition auf. Ich überlege noch, aber da draußen gibt es ziemlich viel, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Alles klar. Denkt nur daran, mir regelmäßig Statusmeldungen zu schicken. Sie sieht aus wie eine Nachbarin von mir übrigens, die Oma. Dann sind wir hier wohl fertig. Nun, lasst uns loslegen, würde ich sagen. Also, wie ein Schlot raucht und mit zwei Hunden hier spazieren geht, die voll, als wenn die scharf gemacht sind. Die gehen voll alles an, wenn man der vorbeigeht. Ich glaube, der ist nicht gewollt. Das sind einfach nur Arschlochhunde. Also, wenn man sie mit Brennstoff befüllt, stoßt sie wie ein wahnsinniger Dampf aus. Und dann legt man, katschunk, den Schalter um. Schau sie bei Gelegenheit einmal an. Sie ist in der Nähe der Versammlungsstätte von Siljana. Hier, ich schenke dir etwas von dem Brennstoff, den der alte Mann mir gegeben hat. Ich glaube, das ist eines der neuen Minispiele. Ach, neu ist der immer relativ.